hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge stappenbach 2020 im ls 19 weiter geht es hier auf unserer neuen schönen karte ich habe jetzt mal gerade noch die sämaschine vom feld geholt die ist fertig gedüngt ist auch alles das ist soweit erledigt ich habe auch ein bisschen den hof aufgeräumt ja der war ja so ein bisschen naja aus das habe ich mal so ein bisschen ein bisschen aufgeräumt fahrzeuge gewaschen ich habe ein kircher noch gekauft habe hier die kalk und dünger paletten habe ich da mal gestapelt deswegen haben wir übrigens auch jetzt eine paletten gabel und nicht nicht nur ein ballenspieß wir werden gleich die sämaschine auch noch sauber machen aber als erstes müssen wir mal gerade den drescher abtanken und da würde ich auch fast sagen hier habe ich alles rein gefahren kann man hier sehen also waren ja nur die presse und der bredal kalk beziehungsweise dünger streuer wie gesagt den anderen dünger streuer kuhn den kuhn hier den werden wir noch verkaufen den brauchen wir nicht mehr wir müssen jetzt aber die den drescher abtanken kommen hier den den rest singen den kriegst du aber auch noch eben rein war da hat kriegen wir wohl auch noch mal eben mit alles was hier noch so übrig ist dass das werde ich noch mal eben einladen das müsste ja passen dann werden wir es abtanken und wenn wir die soja bohnen auch direkt verkaufen ja dass wir so ein bisschen geld reinbekommen wie ich das ja schon gesagt hatte in der letzten folge das müsste jetzt die zwölfte folge sein wenn mich alles täuscht genau sonntag war folge 8 hochgeladen montag 2 dienstag 2 ja das hier ist die zweite dann ist das hier jetzt folge zwölf so haben wir noch irgendwo was vergessen oh ja hier oder vorne auch echt einmal rumfahren naja auf jeden fall kleinvieh macht auch miss deswegen werden wir das einsammeln hier also das ist auch schon ein bisschen mehr ne das liegt wahrscheinlich daran dass ich zwischendurch einfach so schief gefahren bin und cosplay das dann natürlich nicht mehr einsammeln konnte gucken ist da auch noch irgendwo was ne da noch gut perfekt dann machen wir es auch gleich ordentlich dann nehmen wir diesen schnipsel hier auch noch mit sooo sehr schön also das wird auf jeden fall nicht alles hier reinpassen den rest den schmeißt man silo am hof und dann schauen wir mal wie viel ja wie viel wir dafür bekommen so dann fahren wir nämlich jetzt erstmal den drescher weg und dann fahren wir die soja brunnen verkaufen müssen wir auch gleich erstmal gucken wohin das habe ich noch gar nicht auf dem zettel hier so eine kleine wiese wäre eigentlich auch nicht schlecht ne aber ich würde sagen aufgrund dessen dass wir glaube ich mit einem feld mehr geld verdienen würden am ende und das brauchen wir nun mal aktuell würde ich als nächstes noch mal ein feld kaufen wollen so ab nach hause guck mal schon mal ähm was habe ich gesagt raps ne soja wohnen soja wohnen soja wohnen soja wohnen soja wohnen hier kriegen wir den höchsten preis bei der lagerhalle und die ist auch auch hier direkt beim hof perfekt sehr schön so dann ja mal links mal gucken ob hier keine fußgänger radfahrer und so weiter kommen nein das wäre es auch noch wenn hier auch noch fußgänger und so was laufen würden ne oh jetzt sehe ich nix ach komm wir sind eh schneller ja so natürlich nicht hallo entschuldigung wir sind hier auf dem land was habt ihr das alles so eilig ist ja jetzt keine großstadt oder so ne aber ein bisschen entspannter sein also bin ich der meinung da oben ist auch ein durchfahrsilo kann das sein zu welchem hof das wohl gehört man weiß es nicht man weiß es nicht soo da sind wir schon beim hof upsala als aller erstes mal eben und sein hund füttern keine ahnung wo der gerade ist Ach da. Hallo, mein Kleiner. Hallo. Hallo. Du bist ja ein Süßer. Hä? Ah, okay. Wenn man nochmal R drückt, nimmt man es wieder weg. Nein, das ist ja gemein. Ja, nee, Kollege. Noch mehr gibt es jetzt nicht. Du bist ja wie mein Kater. Der hat gerade gefuttert und hat es schon wieder vergessen. So, das, ähm... Das gespannen lassen wir mal gerade hier stehen. Wir bringen erstmal die Sojabohnen weg. Eigentlich brauche ich die Sehmaschine jetzt gar nicht sauber machen. Wir können auch erstmal hier hinfahren. Und, äh... Das Feld hier ansehen. Und jetzt fahren wir erstmal zur Lagerhalle. Das war ja erstmal Richtung Hof. Das war ja direkt ein kleines Stück weiter. Das passt ja ganz gut. Dann kann man sogar bei dem kurzen Weg drüber nachdenken, ob wir die letzten dreieinhalbtausend Liter da nicht auch noch verkaufen hinterher. Hier brauchen wir nicht für dreieinhalbtausend Liter einen Lagerplatz verschwenden. Obwohl... Wir haben Sojabohnen angesät, ne? Nee, können wir ruhig einlagern. Das können wir ruhig einlagern. Das passt schon. Das ist ein cooler Trecker. Der klingt auch so gut. Also ich finde das echt gut. Gefällt mir. So, wir sind wieder in Stappenbach. So, hier haben wir Vorfahrt, aber... Die Einfahrt ist, glaube ich, hier vorne rechts, ne? Das sieht zumindest so aus. Ah ja, hier ist es ja schon. So, das gibt ein bisschen Geld. Sehr schön. Ja, 20.000. Knapp. Ja, sehr schön. Ah, okay. Oh, was ist das denn für ein Trecker? Könnte so ein Fiat sein. Kann das sein? Schade. Kann man... Kann man zwar reingucken, aber... Der ist echt... Der sieht auch irgendwie mit den Farben echt cool aus. Das ist aber so ein Fiat, glaube ich. Oder? Das ist doch dieser ganz kleine Fiat. Dieser hier. Hier. Ist das nicht der? Doch, das ist der doch. Das sieht man noch hier. Doch, das ist der. Steht es vielleicht vorne sogar dran? Ne. Das wäre es jetzt auch noch gewesen. Gut, da müssen wir mal gerade rückwärts wieder raus. Das ist auch nur bedingt ein Problem. Das ist einfach nur blöd, dass ich jetzt nicht sehe, ob da jemand kommt. Ich fahre mal vorsichtig weiter. So, perfekt. Alles gut. Gut. Ups. So, was wollen wir denn jetzt machen? Wir... Ah, genau. Die Sämaschine als allererstes bringen wir zum Feld. Die kann schon mal anfangen anzusehen. Und dann kümmern wir uns darum, dass unsere Fahrzeuge ein bisschen sauber gemacht werden. Einmal, wir können den Frontlader eigentlich hier lassen. Den müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Stellen wir den mal hier gerade ab. Das musst du eigentlich so hinhauen. Der steht ja hier nicht im Weg. Zack. Ja, perfekt. Und zack, wieder zurück zum Feld. Lupo, du bleibst hier, ne? Du bleibst hier. Mein Freund. Du sitzt da unglücklich. Dankeschön. Ja, ja. Hunde sind was Tolles, ne? Aber Katzen auch. Katzen auch. Das kann ich nur sagen. Oh, 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 oh. Knappe Geschichte. Das ist auch nicht so weit. Das sieht eigentlich recht weit aus auf der Karte. Also nicht recht weit, aber es sieht schon ein Stückchen weiter aus. Ihr wisst, was ich meine. Ist aber gar nicht. Ist ja auch irgendwie direkt um die Ecke. So, dann werden wir hier mal so ein bisschen ansehen. Ähm, da machen wir natürlich erstmal einen Kurs und dann werden wir zwei, drei Runden drehen hier. Kurs Generierung 84. Das passt. Machen wir fünf Vorgewände. Das sieht doch ganz gut aus. So. Ähm. Ja, das passt. F. 68. Glaube ich. War das 68? Ich bin so vergesslich. Nein. Wie komme ich denn auf 68? F. 84. 3M. Wo ist denn überhaupt Feld 68, dass ich da jetzt drauf gekommen bin? Hier irgendwo. Da oben. Da ist Feld 68. Naja. So. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Achso, was machen wir hier denn drauf? Auch so, jawohl. Ne, hier machen wir Raps drauf. Ja. So, meine Lieben. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.